Hi, ich bin Martina. Willkommen auf meinem Kanal Ich werde gesund. In diesem Video möchte ich kurz erklären, was ME-CFS aus MeinBody Perspektive ist. Vorab aber wie immer, ich möchte dich hier weder von irgendetwas überzeugen, noch von irgendetwas abhalten. Ich möchte hier Wissen teilen über MeinBody-Syndrome wie ME-CFS, Fibromyalgie und Long-Covid. Ich weiß aber, dass jeder Weg in so ein Syndrom etwas sehr Individuelles ist und jeder Weg heraus. Außerdem ersetzt alles, was ich hier heute erzähle, natürlich nicht das Gespräch mit dem Arzt oder einer Therapeutin. Ja, ME-CFS aus MeinBody-Sicht. Was ist ME-CFS aus der klassischen schulmedizinischen Sicht? ME-CFS wird schon seit 1969 von der WHO als Erkrankung des Nervensystems eingestuft. Heute gilt ME-CFS als eine neuroimmunologische Multisystemerkrankung. Manche Forscher und Forscherinnen halten es auch für eine Autoimmunerkrankung. In Spezialuntersuchungen finden sich zahlreiche Auffälligkeiten, ob das im Immunsystem ist, am Herz-Kreislauf-System, im Hormonsystem, im Energiestoffwechsel. Laut klassischer Schulmedizin gilt die Erkrankung als unheilbar. Und was ist ME-CFS aus MeinBody-Sicht? Übrigens ist das auch eine schulmedizinische Perspektive. Das sind eben nur andere Ärzte und Ärztinnen. ME-CFS ist ein MeinBody-Syndrom. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht oder eine Podcast-Folge, weswegen ich hier nicht näher darauf eingehe. Durch chronischen Stress, Traumata und belastende Kindheitserlebnisse kommt es zu einer Fehlfunktion von Nervensystemen im Gehirn. Auch dazu habe ich schon mal ein Video, eine Podcast-Folge gemacht zu Stress und Traumata. Und das führt dazu, dass das Gehirn und das autonome Nervensystem im Überlebensmodus feststecken, beziehungsweise das Gehirn aktiviert das autonome Nervensystem nur zu, in den Überlebensmodus zu gehen. Und das kreiert die ganzen Symptome und Auffälligkeiten. Diese ganzen Auffälligkeiten und Symptome lassen sich mit dem Begriff Psychoneuroimmunologie erklären. Auch darauf bin ich schon öfters mal eingegangen. Im Grunde heißt es, dass Psyche, Nervensystem, Immunsystem, Hormonsystem und auch das Herz-Kreislauf-System sich wechselseitig beeinflussen und durch den Überlebensmodus einfach in ihrer Funktion verändert werden. Einfach natürlich in Anführungsstrichen, weil ich das wirklich schlimm anfühlen kann. Das kann zum Beispiel zu Entzündungen führen, die Immunabwehr ist gestört, Autoimmunprozesse werden begünstigt. Das ist einfach Ausdruck eines Immunsystems, was nicht mehr im Balance ist. Auch Stimmungsschwankungen kennen viele mit dem ICFS. Jeder von uns hat da mal Angst gehabt oder jeder von uns fühlt sich mal niedergeschlagen. Und das sind einfach die Auswirkungen auf die Psyche, weil auch die natürlich fehlreguliert ist, wenn man so sagen will. Es kann zu orthostatischen Problemen führen, wie zum Beispiel zu POTS. Was heißt, dass das Herz-Kreislauf-System aus dem Lot geraten ist. Und es kann auch zu Schmerzen aller Art kommen, was die Beteiligung des Nervensystems erklärt. Die Post-Exertional Malaise, diese Zustandsverschlechterung nach zu viel körperlicher, geistiger oder emotionaler Aktivität, kann man aus Mind-Body-Sicht verstehen als einen Schutzmechanismus des Gehirns nach Überlastung. Das Gehirn hat in diesem Fall diese Überlastung als so bedrohlich eingestuft, dass es das autonome Nervensystem in den Abschaltmodus versetzt. Das habe ich schon mal erklärt, einem Video, einer Podcast-Folge zu Stress und Traumata. Das autonome Nervensystem besteht ja aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Beide können in einem gesunden und einem ungesunden Zustand vorliegen. Der Abschaltmodus ist Teil des ungesunden Modus des Vagusnervs, des Parasympathikus. Und das ist einfach, weil es vorher zu einer dermaßen Überlastung kam, wo das Gehirn gesagt hat, diese Ressourcen stehen hier im Körper nicht zur Verfügung, also gehe ich in einen Energiesparmodus und das ist der Abschaltmodus. Und das ist aus meiner Sicht die Post-Exertional Malaise. Und ich weiß, dass ich das wirklich ganz, ganz schlimm anfühlen kann. Ja, es ist nicht korrekt, dass ME-CFS unheilbar ist. Ich weiß, es gibt sehr wenige Studien dazu und das ist auch gar nicht so einfach, dazu Studien zu machen. Die Genesungsraten in diesen Studien haben eine sehr große Streuung. Sie schwanken je nach Studie zwischen 5 und 80 Prozent. Aber sage dir, Genesung ist möglich. Das zeigen diese ganzen Menschen, die schon wieder gesund sind und ihre Geschichte teilen. Und das schreiben auch einige Forscher und Ärzte in wissenschaftlichen Artikeln. Und zwar besonders jene, die sich mit der Mind-Body-Medizin befassen. Ja, ganz herzlichen Dank fürs kurze Zuschauen oder Zuhören. Ich hoffe, das hat einen kleinen Eindruck und einen kleinen Denkanstoß gegeben. Mehr Infos zu meinem Body-Syndrom wie im E-CFS gibt es auf meiner Website www.ichwerdegesund.com. Wir sehen uns beim nächsten Mal.